Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Let's Play Battlefield 1942. Heute spielen wir die Karte Tobruk und da müssen wir durch eine Menge, Menge Bunker durch, sehe ich gerade. Wir haben nur einen kleinen Posten und müssen durch die ganzen verdammten englischen Bunker. Das ist echt scheiße. Naja, wir können ja nichts dafür, also holen wir uns doch ein Fahrzeug, nicht das hier, und rasen einfach mal los. Da hinten steht ein Panzer, den will ich haben, und der ist noch da, gut. So, gucken wir uns nochmal die Karte an. Ja. Ey, f- Es ist eine der schwersten Karten, die ich kenne. Und jetzt muss ich zu Fuß laufen, tolle Scheiße. Ah, so eine Scheiße. Naja. Peter. Peter. Peter, Peter. Der schwarze Peter. Ja, das ist ein bisschen blöd. Zu Fuß komme ich nämlich hoffentlich bis dahin. Ja. Die Hüste ist groß. Vielleicht lässt der dann nämlich ja mitfahren. Warte, Andreas. Warte auf mich. Halt. Ey, wie der geht, ey. Oh, na toll. Gut, muss ich eben zu Fuß weiter. Da, 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 da. Mann, wie sind wir Deutschen wieder in diese blöde Lage gekommen. Den einzigen Vorteil, den wir haben, sind die Panzer. Ich glaube, die haben die nur in dem Hauptstützpunkt ganz hinten rechts. Na ja. Dann müssen wir hier wohl durch. Na, komm schon Andreas bei dich mal. Mann, Mann, Mann. Immer dieser Tröder Andredlers. Äh, Trödler Andredlers. Gott. Jetzt verhaspele ich mich hier schon. So. Ab durch den Schützengraben. Oder wie auch immer man das nennt. Hupsala. Wir werden angegriffen. Ah, hoffentlich komm ich hier hoch. Äh. Gut. Durch den Stacheldrahtzaun. So. Dann sind wir ja schon da. Alles explodiert hier um uns herum. Kein Gegner da? Nein. Gut, dann holen wir uns hier einen Posten. Ah. So. Können wir mal kurz gucken. Haha. Okay, der ist weg. So, den Posten müssten wir gleich haben. Ist das einer von uns? Der Panzer gehört dem Gegner. Aber das bringt nichts, wenn ich da mit dem Maschinengewehr drauf rumballern. Naja. Und ich glaube, ich werde angegriffen. Oder? Ne, ist es irgendwo anders. Ist da einer? Das sind natürlich nur Leute von uns da hinten auf dem Hügel. Sag mal, kann ich den Posten langsamer haben? Geht doch. So, auf zum nächsten. Und zum nächsten. Und zum nächsten. Und zum nächsten. Was machen denn meine Kumpels da? Die sterben ja die ganze Zeit. Man muss sich alles alleine machen. Ich finde... Aua. Hm. Der Typ da hat mich umgelegt. Nein. Da wollte ich gerade rein. Nein. Unfair. Ja, dieses Spiel könnte eventuell etwas länger dauern. Vermute ich jetzt einfach mal. Weil ich schon wieder zu froh, dass ich eben wissen muss. Naja. Selbst wenn wir diese... Oh, das ist ein Panzer. Selbst wenn wir diese Map verlieren, dann können wir trotzdem die Kampagne weiterspielen. Uns ist eigentlich egal, ob man gewinnt oder verliert. Was ein bisschen sinnlos ist bei diesem Spiel. Nein. Nein. Ach, egal. Nämlich den Panzer. Der kann wenigstens schießen. Hehe. Bei dem Panzer muss nämlich noch ein anderer mit... äh... vorne drin sitzen. Einer, der fährt und einer, der schießt. Und der bei dem Panzer kann man halt beides gleichzeitig. Das ist sehr gut. Die einzigen vernünftigen Panzer sind die, wo man beides machen kann. So, hoffentlich schaffen wir es mit dem Panzer ein bisschen weiter vorzudringen, als eben gerade. Wir verlieren nämlich mehr und mehr Tickets. Und das ist nicht gut. Badam-Bam. Attacke. Oh, warte mal. Den Posten musste ich noch gar nicht. Ich hol mir erst mal den da. Oh, das ist ein anderer Panzer. Panzer, Panzer. Ja, getroffen. Und nochmal. Schuss. Sehr gut. Oh, das war zu hoch, glaube ich. Die hat gewonnen. Oh Gott. Alles von Mitmenschen. Na gut, fahre ich erst mal hier lang. Fighte mit den Panzern. Warum haben die einen Panzer? Ich dachte, die haben nur gar keine Panzer. Oh, Granate. Okay, dann ist das von uns. Gut, mache ich hier einen Panzer nach dem anderen Kalt. Und diesen Typen da. Der sah aus wie ein Panzer. Oh Gott, hier ist ja alles voll mit Menschen. Wir sind hier im Krieg und alles ist voll mit Menschen. Ich habe mit Eichhörnchen gerechnet oder so. Naja. Der Krieg ist auch nicht mehr das, was da mal war. Au, schau, verdammt. Den Panzer mache ich lieber kaputt. Oh, ne. Da ist mein Kumpel voll. Mach ich nicht kaputt. So. Wo sind wir denn gerade? Sehr gut. Den haben wir jetzt. Hören wir uns den, den ich eben verloren habe. Ah! Das gibt es doch nicht. Wer tötet mich denn ständig? So, diesmal möchte ich aber bitte, bitte, bitte an dieser Stelle rein. Ich überlege gerade, ob ich Sniper nehme. Ja, ich glaube, ich nehme zur Sicherheit Sniper. Ihr wollt mich wohl verarschen, oder? Jetzt muss ich schon wieder zu Fuß da hinlaufen. Das gibt es doch nicht. Meine Fresse. Nein. Nein. So eine Scheiße. Oh Mann, ich reg mich gerade schon wieder so auf. Ganz ruhig. Oh Mann, ey. Wer hat mich eigentlich getötet? Das habe ich gar nicht gelesen. Jetzt kann ich keine Rachegeschwüre entwickeln. Rachegeschwüre, nennt man das so? Rachegeschwüre hört sich irgendwie ein bisschen eklig an. Geschwüre. Eigentlich heißt das auch Magengeschwüre. So, wenn man so Magenschmerzen hat oder so. Rachegeschwüre. Sehr schön, jetzt haben wir den nächsten Posten. Dann, da gehen meine Leute schon hin. Oh, ich bin mal den hier. Ah, keiner da. Gut. Hier jemand. Irgendwo wird schon jemand sein. Da ist einer. Oh, ne, ist einer von uns. Den will ich nicht abschießen. Den mag ich. Ach, das ist immer der Andreas. Sehr cool. Ach ja, Andreas ist er. Das ist schon so einer. So. Ist hier irgendjemand da in dem... Ich glaube, den treffe ich nicht. Ja, den kann ich nicht treffen. Sehr guten Posten haben wir auch. Jetzt haben wir uns den hier. Und hey, 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 hey. Ah, ist wieder Andreas. Lauf mir doch nicht immer ins Bild, Andreas. Börser Andreas. So, ist das einer von unseren Panzern. Sehr gut. Jetzt schaffen wir es aber auch langsamer. Sehr schön, wir haben die ersten drei. Jetzt kommen die zwei hier. Ja, ich glaube, den treffe ich nicht. Ah, ich habe ihn getroffen. Cool. Ich habe nicht mal seinen Kopf gesehen und ich habe trotzdem getroffen. Wundertoll. So, da ist einer. Ich glaube, der hat mich vorhin getötet. Ach, verdammt. Nein, 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 du tötest nicht meine Kumpels. Hey. Wehe, du bewegst dich noch einmal, sonst schieße ich dich ab. Sehr schön. Im Lauf. So, da ist auch noch einer auf dem Panzer. Der auf mich schießt. Und immer noch lebt, obwohl ich ihn angeschossen habe. In die Fresse. So, jetzt aber, komm. So, gut. Oh, Flugzeug. Oder Panzer, oder so. Ich glaube, hier gibt es gar keine Flugzeuge, verdammt. So, vor diesem Panzer sollte ich aufpassen. Hm, der kann mir ganz doll Aua-Aua machen. Aber ich glaube, der hat mich gerade gar nicht im Visier. Sehr schön. Upsala. Das wollte ich nicht. Ich wollte meine Handgranaten nehmen. Ach ja, ich habe ja gerade gar keine Handgranaten. Ich muss mir erst eine Kiste hier neue holen. Hilfe! Gefährliche Kiste steht vor dem Ding. Hm. Naja, wir haben die drei hier. Gut, was nehmen wir? Was nehmen wir? Ingenieur. So. Stan Leavis ist böse. Wer hat mich getötet? Äh, das war der, der, der... Stan Leavis. Hm. Passt ja. Stan Leavis, ich schwüre auf Rache. Schwüre. Ich schwüre. Hm. Kann das mal jemand googeln? Ich will das jetzt mal wissen. Ob man, ob das wirklich Rache-Geschwüre heißt. So. Na, soweit kann ich mit dem Ding nicht ziehen. Hm, hm, hm. So. Ah, das ist einer der blöden Sachen in der Kampagne. Je weiter man kommt, desto mehr Leute haben die Gegner. Ich glaube, die können maximal fünf Leute mehr haben. Naja, dafür ist man halt selber auch besser. Manchmal bin ich besser. So, machen wir den Panzer-Kite. Dup-di-du. Hui. Und hui. Und hui. Und padabada. Boom. Hehehe. Nein, ich will nicht... Boah, jetzt bin ich durch den Stacheldraht zusammengelaufen. Nein. Ey. Ich möchte mein Gewehr auswählen und keinen Sprengstoff hinlegen. Hm. Komisches Spiel, manchmal böse. Upsala. Der ist nicht von mir. Der war böse. So, jetzt hole ich mir schnell Muni hier. An dieser ganz gefährlichen Muni-Kiste. Für mein Leben auf. Lad nochmal nach. So. Hey, 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 hey. Geht ja gar nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da kommen ja ganz schön viele. Hm. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen bewegen sollen. Hm. Dann komme ich mal von hier. Ähm. Sanitäter hatten wir heute noch nicht. Können wir unsere Kumpels und mich selber heilen? Oh Gott. Diese Map dauert so verdammt lange. Jetzt ist der Außenposten auch noch weg. Da hat jemand nicht aufgepasst. Wer war das mal wieder? Andreas, hast du wieder den Wachdienst nicht zum angetretenen Dings? Was? Gut, zum nächsten Posten. Den haben wir jetzt wieder. Andreas hat alles geregelt. Kaffeepause vorbei. Attacke. 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 Es ist schwer, einen Attacke-Schlachtruf zu rufen, wenn man so ganz langsam auf den Posten zugeht. Das müsste er so heißen. Äh. Tsss. T-t-t-t-t. Ich bin da So, den posten wir uns jetzt auch Ich glaube, hier scheint manchmal ein Panzer Das wäre ziemlich cool Oh, da ist jemand, da ist jemand Stirb Stirb, Donald Donald Jetzt stirb Donald ist tot Verdammt, ich habe Disney getötet Nein, also eine Figur von Disney Ja Oh Gott, hier ist ja alles voll mit Menschen So, den machen wir auch noch alle Oh, verdammt, ich werde angeschlossen Ich muss mich heilen Wozu bin ich denn, Sunny? So Ja, so Jetzt ducken wir uns hier Und schießen unschuldige Menschen ab Die uns überhaupt nichts getan haben Mach das nicht zu Hause nach, Kinder Sehr gefährlich Spielt nicht mit Waffen Nur mit Spielzeug So Du hockst auf den Panzer Das ist böse Du hockst auch auf den Panzer Oh, er ist weg Und was machst du? Du hockst im Sand Das ist auch schlecht Schlecht für den Rücken Und so Und was machst du? Du, du, du Du hast Du hast einen großen Namen Donnie So Mit dem letzten Schuss Ah, sehr gut So So So, was ist denn hier noch? Ich meinte eigentlich den Posten Und nicht den Typen Aber auch Egal Oh, da ist jemand Ah Tut mir leid Oh, wie ein Baby Hey, der bewegt sich ja immer noch Als ob er beim Sterben atmet Niedlich Ach du Scheiße So Wo gehen wir denn jetzt hin? Jetzt haben wir die fünf Posten alle Und müssen Ah In den Hauptposten Aber erst schnell nochmal heilen So In diesen Posten einzudringen Ist sauverdammt schwer Die einzige Möglichkeit ist Wenn ich mich außen rum Schleiche Aber das ist erstens Saufeige Und zweitens Äh Ne, ist eigentlich nur Saufeige Ja, aber irgendwie muss ich da ja reinkommen Und ich hab keinen Bock hier Stundenlang aufzunehmen Und dabei Immer nur mit einem Schuss Einen zu töten Naja, ich kann ja warten Bis meine Kumpels Sich aus ihrer Familienkonferenz Hier Da in der Mitte Wieder Zusammengefunden haben Kann gar nicht sein Dass das hier Eine graue Fahne wird Ich bin doch immer noch drin Ach man So Komm, der Panzer muss weg Der steht mir im Wege Geh weg, Pansi Jetzt geh weg, Pansi Sehr schön Neue Granaten holen So Dann heile ich mal meinen Typen hier Meinen Kumpel Der hat nämlich nur noch 70% Los, schnell Trink Jetzt hat er 67 Habe ich ihm gerade wehgetan Mit meinem Erste Hilfesack Ach du Kacke Ach du Kacke Granaten 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 Werft Granaten Hier sind so viele Menschen Oh, ich hab gegen die Palme geschmissen Ah Das muss echt weh tun Gut, dann bleibt mir nur Um mich außen rum zu schleichen Äh Mit Einem Maschinengewehr Das Beste um sich irgendwo anzuschleichen Ist wenn man ein Maschinengewehr hat Ganz vorsichtig hinten rum Und bum 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 Ja Like a Kind Da ist ein Panzer Den brauch ich Sonst komm ich nicht da rein Verdammt Ich glaub der Typ will sich den Panzer schnappen Mein Panzer Mein 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 Panther Sehr gut Den hol ich mir Ja Gleich bin ich Aua Gleich bin ich da Nur noch ein paar Meter Nein Mein Panzer Geschafft So Jetzt kriegt Jetzt erlebt Ihr blaues Wunder Ihr blöden Briten Äh Das soll nicht heißen Dass ich was gegen Briten habe Aber in dem Spiel Hier sind sie ja gerade meine Feinde Au Scheiße Fahr 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 Scheiß auf Menschen Fahr einfach Gott Nein Ich werde angegriffen Ah Gott Ich bin da Ich bin im Hauptstützpunkt So Was der ist schon grau Hier sind ja schon meine Kumpels Das geht ja gar nicht Haben die sich auch außen rum geschlichen So Gleich habe ich ihn Gleich habe ich ihn Das ist ein Mensch Ich brauche den anderen Panzer Ja Wir haben den Posten Jetzt fehlt nur noch dieser eine Jetzt können die Gegnerischen erstmal nicht reinkommen Den machen wir kaputt Damit den keiner benutzen kann Sehr schön So Jetzt haben wir es fast geschafft Oh Oh verdammt Das sind unsere Das ist aber einer Ein Gegner So Jetzt haben wir es fast geschafft Den einen Stützpunkt noch Und dann haben wir gewonnen So gut wie Denn die Gegner können ja dann Keine neuen Einheiten mehr Auf den Platz senden So Ein paar leben noch Zum Beispiel dieser hier Und Dieser hier Äh War es das? So gut wie Überall von Totenkopf ist Diesen Tod gerade So Jetzt müssen wir einfach nur noch warten So Und jetzt? Es leben noch Vier Leute Donut eingeschlossen Ja Gebt euch zu erkennen Ihr Feiglinge Wir haben gewonnen Also Kommt schon Ist das da hinten ein Gegner? Ne Ich hasse es Wenn sich irgendwelche Feigenleute Irgendwo verstecken Tschüss Feiglinge Feiglinge Da ist er Oder? Ne Das ist Rudolf Hm Ist hier vielleicht Auch nicht Ups Entschuldigung Äh Ja Zwei leben noch Walter und Bernie Walter Bernie Hier drin vielleicht? Nein Walter Walter Bernie 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 Wo bist du? Das ist doch gemein Wo sind die? Um mir die Zeit zu vertreiben Kann ich da ein bisschen auf den Boden schießen Ja Funktioniert Sehr gut Wenn ihr wollt Könnt ihr euch das durchlesen Ich lese mir das jetzt nicht durch Gut Wir sehen uns das nächste Mal wieder Wenn es heißt Let's Play Battlefield Oder irgendein anderer Müll Bis dann Euer Superlink LP Tschüss Tschüss